willkommen bei mercedes team burbach heute will ich euch mal ein neues fahrzeug zeigen und zwar den bmw m1 broker geißberg rennen 2020 das ist eine limitierte edition von carrera wie jedes jahr zum geißberg rennen und dieses jahr ist der m1 ich mache das diesmal ein bisschen anders und zwar mit bildern und eindrücken und nicht mit videos und wer das noch nicht weiß oder dem bekannt ist das geißberg rennen waren historisches wirklich eine rennveranstaltung die von 1929 1959 ausgetragen wurde aber nachdem ein tödlicher unfall im letzten jahr da war ist das nicht mehr gemacht worden und einige jahre später ist das zu einem historischen rennen geworden wird aber keinen wirklichen renncharakter hatte das wie gesagt berg rennen in salzburg ja und hier haben wir den pro kaschern der ist halt komplett mit diesem thema fast sehen spricht die lackierung bildet die strecke nach inklusive der namen der kehren und der besonderen punkte ja der m1 mir gefällt jetzt persönlich nicht so wirklich hinten steht dann auch noch mal geißberg rennen beispielsweise drauf ist halt auch ein oldtimer weil sonst dürfte er mitfahren soweit ich das weiß deswegen hat man ihn bestimmt gewählt aber es als extrem cool angelegt hier sieht man auch zum beispiel fahrerlager kurve ostschleife die boxengasse wir haben die namen der fahrer darauf das modell ist sehr schön detailliert und gemacht ist eine ganz billig kostet 505 euro weil auf 1000 stücke limitiert ist von carrera und man kriegt ihn leider auch nicht überall aber dann habt ihr mal zumindest gesehen und ein ganz kleines video lege ich euch auch noch dabei in dem sinne macht's gut euer zetim burwach ciao tschüss und und Untertitelung des ZDF für funk, 2017